Die Akquisitionsfinanzierung ist immer dann die richtige Wahl, wenn Sie als Unternehmer ein anderes Unternehmen kaufen möchten, Wachstum, ein Spin-off oder ein Carve-out planen. Ebenfalls die richtige Wahl ist die Akquisitionsfinanzierung beim Thema Nachfolge eines familiengeführten Unternehmens sowie bei einem Management-Buy-out oder Buy-in. Die Akquisitionsfinanzierung ist immer dann das richtige Finanzierungsinstrument, wenn der Kredit ausschliesslich aus dem durch das erworbene Unternehmen erwirtschafteten Cash-Flows zurückgeführt werden kann. Es ist wichtig, sich genau zu überlegen, ob das Unternehmen, das Sie kaufen möchten, in Ihr Portfolio passt. Ich empfehle, eine sorgfältige Due Diligence-Phase. Dabei sind die wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse zu analysieren. Das Zielunternehmen soll einen positiven Cash-Flow aufweisen und einen guten EBITDA-Level haben. Sie bzw. Ihr Investor müssen einen entsprechenden Eigenkapitalanteil aufbringen. Wie hoch das eingesetzte Eigenkapital ist, hängt vom Kaufpreis ab. Sobald die einzelnen Akteuren die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen, benötigt die Bank im Durchschnitt vier bis sechs Wochen, um eine Finanzierungsentscheidung zu treffen.